Professor Moser, Sie sind Physiologe und Chronobiologe. Die Chronobiologie ist ein relativ junger Wissenschaftszweig. Welche Bedeutung hat, allgemein gefragt, die Zeit für die Biologie? Ja, es ist spannend, dass das erst relativ spät entdeckt worden ist. Die Erforschung der Biologie, vor allem auch der menschlichen Biologie, hat ja zunächst einmal den Raum betrachtet, im 19. Jahrhundert dann Stoff und Kraft. Und die erste Erforschung war eben die des Raumes in Form der körperlichen Anatomie. Das ist etwa im 16. Jahrhundert hat das begonnen. Plötzlich tauchen dann Darstellungen wie bei Leonardo da Vinci oder bei Andrea Vissalius auf, wo dann zum ersten Mal realistisch die menschliche Anatomie abgebildet wird. Das heißt, man hat bis zum 16. Jahrhundert eigentlich benötigt, um zu erkennen, wie der körperliche Aufbau des Menschen ist realistisch. Und insofern ist es auch erstaunlich, dass die räumliche Anatomie im 16. Jahrhundert, die zeitliche Anatomie aber eigentlich erst im 20. Jahrhundert erkannt worden ist, in Form der Chronobiologie, wo man eben gesehen hat, dass der Körper auf verschiedensten Ebenen schwingt und der menschliche Organismus und die Organe eben innere Uhren haben, die nicht nur den Tagesgang umfassen, sondern eine Vielzahl von verschiedenen Rhythmen, die als ganzzahlige Vielfache oder in Bezug zu Tagesrhythmen auftreten, auch zu Jahresrhythmen, zu Monatsrhythmen. Das heißt, der menschliche Organismus ist ein schwingungsfähiges System, das in vielfältiger Weise schwingt. Und das hat eben die Chronobiologie als Erste sichtbar gemacht. Und wir bemühen uns mit dem Chronokardiogramm die Dinge so darzustellen, dass man mit einem Blick ein 24-Stunden-Rhythmusbild bekommt. Sie haben die innere Uhr erwähnt. Gibt es jetzt tatsächlich so etwas wie eine innere Uhr, die unabhängig von äußeren Zeitgebern läuft? Gibt es Experimente, die das belegt haben? In den 50er Jahren hat Jürgen Aschow in Deutschland, ein Arzt, der an der Technischen Universität München, an der Medizinischen Fakultät gearbeitet hat, zum ersten Mal Bunker-Experimente durchgeführt, wo in einem abgeschlossenen Raum Studenten über Wochen und Monate ohne Information von der äußeren Zeit leben konnten. Und dabei hat sich gezeigt, dass diese innere Uhr weiterläuft, auch wenn wir uns in so ein abgeschlossenes Zeitsystem begeben. Und dass diese innere Uhr aber nicht ganz genau läuft, ist etwas langsamer als die äußere Uhr, als die Uhr der Sonne und wird jeden Tag unter Normalbedingungen synchronisiert. Syn heißt griechisch gleich und konos ist die Zeit. Das heißt, sie wird mit der äußeren Uhr abgestimmt. Diese Abstimmung funktioniert nur, wenn entsprechende Zeitgeber vorhanden sind. Und das Licht ist der stärkste Zeitgeber in diesem Zusammenhang. Was hat man da für Erfahrungen gemacht? Wie reagiert ein Mensch, wenn er unabhängig von den äußeren Zeitgebern lebt? Wie verändert er sich da? Es hat sich gezeigt, das ist erst im Laufe der Zeit herausgekommen, dass Menschen, die eine gewisse Labilität besitzen, durchaus in Probleme kommen können, wenn sie völlig abgekoppelt von Zeitgebern sind. Zeitgeber sind genauso wie die innere Uhr offensichtlich von Bedeutung für unsere Gesundheit, insbesondere die seelische Gesundheit. Und was man beobachtet hat, ist eben, dass die meisten Menschen dann etwa eine Stunde länger in ihrer Schwingungsdauer waren als die 24-Stunden-Rhythmik des Tagesgangs. Das heißt, sie haben eigentlich eine 25-Stunden-Rhythmik entwickelt und sind jeden Tag um eine Stunde später aufgewacht. Diese Verschiebung wird normalerweise eben kompensiert, dadurch, dass wir jeden Tag den Weckreiz des Lichtes haben. Auch soziale Zeitgeber können vorhanden sein, wenn rundherum das Leben beginnt. Dann tendiert man dazu, eher aufzuwachen. Oder auch die Nahrungsaufnahme, wenn wir kräftig frühstücken, ist es auch ein Impulsgeber, ein Zeitgeber für den Organismus. Welche Rhythmen insgesamt betrachtet spielen denn für unser Leben eine Rolle? Die Sonne, was noch? Ja, spannenderweise ist es eben nicht nur der Tagesrhythmus. Es gibt langsame Rhythmen, die vor allem mit der Sonne zusammenhängen. Das ist der Jahresrhythmus zum Beispiel. In den mittleren Breiten, so wie bei uns hier, ist es so, dass sich durch die Neigung der Erdachse der Sonneneinstrahlungswinkel verändert. Und dieser Sonneneinstrahlungswinkel bestimmt, ob es wärmer oder kälter ist. Und dadurch haben wir eben im Winter eine flachere Sonne, die auch kürzer am Himmel ist. Dadurch sinkt die Temperatur und im Sommer steigt sie an. Und diese jahreszeitliche Rhythmik wirkt sich auch auf den Menschen aus. Wir wissen, dass durch die jahreszeitliche Rhythmik auch psychische Störungen ausgelöst werden können. Man spricht zum Beispiel von der saisonalen Depression. Das heißt, im Herbst, wenn die Lichtmenge zurückgeht, die der menschliche Organismus bekommt von der Sonne, dann kann dadurch auch eine Depression ausgelöst werden, weil bestimmte glücksmachende Botenstoffe, Serotonin, weniger produziert werden. Wenn jetzt das Licht ein so wichtiger Zeitgeber ist, welche Bedeutung, welche Konsequenzen hat aus Ihrer Sicht, die Eigenart unserer Zivilisation, die Nacht zum Tag zu machen. Was verändert sich dadurch? Was besonders problematisch ist, ist, dass nicht nur die Nacht zum Tag gemacht wird, sondern dass die Art und Weise des Lichtes, die man nutzt, auch besonders hohe Blauanteile hat. Und gerade diese Blauanteile sollten am Morgen als Zeitgeber verwendet werden, aber nicht am Abend. Am Abend haben wir Sonnenuntergang, da wird das Licht dann rötlich. Und in früheren Zeiten hatten wir ein Lagerfeuer, da waren wir einem gelblich-rötlichen Licht ausgesetzt, das für den Organismus nicht schädlich ist, das keine Beeinflussung des Tagesganges bewirkt. Und wenn wir jetzt am Abend Blaulicht haben, in Form von Tabletts, in Form von Fernsehgeräten, in Form von LEDs im Schlafzimmer, dann stören wir dadurch unsere Rhythmen, weil wir sozusagen das Morgensignal am Abend senden und der Organismus dann zur falschen Tageszeit hochstartet. Dann können wir schlecht einschlafen und die Folge sind dann Schlafstörungen, die ja in der Bevölkerung enorm zunehmend sind. Da werden wir vielleicht später noch auf die Folgen der Schlafstörungen zu sprechen kommen. Ich möchte nur zunächst noch allgemein das Thema Rhythmus. Das ist ein Begriff, den man üblicherweise aus der Musik kennt. Gibt es jetzt, wenn Sie von biologischen Rhythmen sprechen, auch Zusammenhänge zwischen musikalischen und biologischen Rhythmen? Wir haben uns mit diesem Thema in den letzten Jahren beschäftigt und haben festgestellt, dass eigentlich alle musikalischen Rhythmen im Spektrum der biologischen Rhythmen zu finden sind. Und zwar ist es so, dass Klang und Ton mit einer Frequenz von etwa 16 Hertz bis 1000 Hertz identische Zeitdauern und Frequenzen wie die Nervensystemrhythmen haben. Also das einzelne Nervenaktionspotenzial kann bis zu 1000 Hertz einnehmen. Und die Gehirnschwingungen, Alpharhythmik zum Beispiel sind im Bereich von 10 Hertz. Also hier haben wir ein Spektrum, das genau mit dieser Klang- und Tonsphäre übereinstimmt. Andererseits haben Atmung und Herzschlag eine Rhythmik, die mit dem Schlag der Musik im Fall des Herzschlages und dem Takt der Musik im Falle zum Beispiel des Viervierteltakts übereinstimmen. Das entspricht dann der Atmung. Das heißt, wir haben auch hier in Takt und Schlag Atmung und Herzschlag repräsentiert als zwei ganz wichtige Rhythmen im menschlichen Organismus. Und sogar der Stoffwechsel findet sich in der Musik in Form der Werklänge. Stoffwechselrhythmen sind ja langsamer, die dauern so zwischen einer Minute und Stunden. Und diese Rhythmik findet man tatsächlich in der Werklänge von einem kurzen, einer Signature, einem kurzen Lied, das ein paar Sekunden bis eine Minute dauert, bis hin eben zu einer Wagner-Oper, die je nach Dirigent bis zu sechs oder acht Stunden dauern kann. Jetzt ganz einfach aus dem Alltag gefragt. Früher war es üblich, in der Zusammenarbeit auf dem Feld oder so zu singen. Also die Musik hat eine Rolle gespielt. Was bewirkt Gesang? Was würde Rhythmus bewirken? Es gibt ja heute noch Länder, wo Musik in der Arbeitswelt eine große Rolle spielt. Eine Studentin hat mir aus Indien ein Video mitgebracht, wo Frauen auf einem Feld Reispflanzen setzen und sie singen zu den Sätzen ein Lied dazu, das speziell für diese Reispflanzen komponiert wurde. Wenn sie Weizenpflanzen setzen würden, würden sie ein anderes Lied singen. Das heißt, in den traditionellen Gesellschaften ist Musik ein integraler Bestandteil der menschlichen Arbeit. Und so ein Rhythmus, der in der Musik vorkommt, der erleichtert auch die Arbeit. Und das kann man selbst beobachten, wenn man zum Beispiel rudert oder paddelt, dass man dann wesentlich leichter große Strecken bewältigen kann, wenn man während dieses Baddlns oder Ruderns singt oder zumindest rhythmisch atmet. Das heißt, Rhythmus spart Kraft oder gibt Energie. Und das haben die Menschen früher nicht nur gewusst, sondern auch dringend notwendig gehabt, weil die Arbeit einfach schwerer und körperlich betont war. Und deswegen haben sie zur Arbeit gesungen. Ich kenne niemanden, der am Computer singt, wenn er die Tastatur betätigt. Das regt offensichtlich nicht zum Singen an. Aber es wäre ganz schön, wenn die Menschen zumindest von dieser Fröhlichkeit der Naturvölker etwas behalten würden oder wieder erringen würden. Weil wenn man diese Menschen beobachtet, dann handhaben die ihre Werkzeuge eigentlich wie Musikinstrumente. Und Musik machen macht ja durchaus Spaß. Wäre Rhythmus ganz allgemein betrachtet irgendetwas, was man in Form einer Therapie therapeutisch nutzen könnte? Aus unserer Sicht hat Rhythmus ein ganz extrem hohes therapeutisches Potenzial. Man sieht das auch in der wissenschaftlichen Welt, dass hier immer mehr Publikationen über die positiven Wirkungen von Musiktherapie veröffentlicht werden. Und das hängt ganz sicher damit zusammen, dass Rhythmen über Resonanz auf die Organsysteme wirken und dass hier vor allem über die Atmung ein Rhythmus in den Organismus eingebracht wird. Und viele Erkrankungen sind ja mit mangelndem Rhythmus verbunden. Das heißt, es ist zu wenig Rhythmus vorhanden und dann bricht eine Krebserkrankung aus zum Beispiel. Die Organe sind nicht mehr aufeinander abgestimmt. Und durch dieses Gegeneinanderarbeiten der Organe kommt es dann zum Beispiel zu schweren Erkrankungen. Wenn man jetzt den Rhythmus aktiv einsetzt, um die Körperrhythmen anzuregen, dann kann man damit auch therapeutisch wirken. Und wir haben das hier in einigen Studien gezeigt, dass das tatsächlich möglich ist. Die Bedeutung des Rhythmus, ändert sich das im Lauf des Lebens? Ab welchem Lebensalter ist Rhythmus für einen Menschen von Bedeutung? Ist es im Alter von größerer Bedeutung? Gibt es da Änderungen? Man kann eigentlich sagen, dass es in der frühen Jugend und im hohen Alter von besonderer Bedeutung ist. Wir wissen, dass Kinder, die in einer rhythmischen Umgebung aufwachsen, das heißt, dass sie am Morgen dem Tageslicht ausgesetzt werden, dass sie tagsüber in der Natur sind, zum Beispiel im Sonnenlicht, und in der Nacht Dunkelheit oder eben ein gedämpftes Licht erleben, dass die wesentlich schneller wachsen, dass sie besser in den Rhythmus hineinkommen, dass sie früher diese Rhythmen entwickeln. Die Eltern sagen dann, sie schlafen endlich durch. Das ist ein Zeichen, dass das Kind in den Tagesrhythmus hineingekommen ist. Das weiß man also, sodass man sagen kann, dass eben in der frühen Jugend, besonders auch bei frühgeborenen Kindern, dieser Rhythmus von allergrößter Bedeutung ist. Andererseits weiß man, dass Menschen, die sehr alt werden, immer den Rhythmus oder zumindest in ihren letzten Lebensjahrzehnten den Rhythmus beachtet haben. Das heißt, ein Hundertjähriger schlagt sich nie die Nacht um die Ohren oder verbringt den Abend in der Disco. So etwas gibt es nicht. Wenn man das tun würde, würde man nicht sehr lange leben danach, weil das eine Störung der Rhythmen ist, die ein alter Mensch sehr schwer aushält. Und es kommt durchaus vor, dass alte Menschen, dadurch, dass sie genau am Punkt zwölf die Suppe am Tisch stehen haben wollen, ihre Umgebung zwar sehr nerven, aber andererseits auch sich eine Krücke schaffen für die nicht mehr so gut vorhandenen Rhythmen. Und dadurch ermöglichen, dass der Rhythmus weitergeführt wird, auch wenn im Körperinneren die Rhythmen schon verstummt sind, können sie durch äußere Zeitgeber die Rhythmik aufrechterhalten. Und das scheint für das lange Leben und vor allem auch für das gute Wohlbefinden auch von größter Bedeutung zu sein. Wichtig ist für das Leben ja die Harmonie, die Balance zwischen Aktivität und Ruhe. Sie haben nun im Vortrag gesagt, das heutige Leben besteht überwiegend aus Staubwolken, also aus Aktivität. Wie wichtig ist denn aus Ihrer Sicht für die Gesundheit das Zusammenspiel von Sympathikus, Parasympathikus im Gesamtsystem? Sympathikus und Parasympathikus sind zwei Aspekte des vegetativen Nervensystems, das in Wirklichkeit alle unsere Organe steuert und man kann sogar sagen, jede Zelle im Organismus steuert. Und dieses vegetative Nervensystem ist normalerweise unserem Zugriff ja entzogen. Man kann sagen, zum Glück, denn sonst wäre man die ganze Zeit damit beschäftigt, die richtigen Verdauungssäfte einzustellen und die Darmperistaltik zu bewegen und so weiter. Das erspart uns dieses vegetative Nervensystem, das macht es automatisch für uns. Nun, damit es gut funktionieren kann, sollte es nicht gestört werden. Und es ist so, dass die kortikalen Anteile des Gehirns, also das heißt die Zentren, die an der Oberfläche des Gehirns liegen und die auch beim Denken aktiv sind, dass diese Anteile eher störend auf den Sympathikus und Parasympathikus wirken. Das heißt, wenn wir konzentriert arbeiten oder denken, kann das vegetative Nervensystem nicht so gut arbeiten, als wenn wir entspannt sind. Sobald wir aufhören zu denken, ist die eigentliche Stunde des Vegetativums gekommen. Und das ist ja im Schlaf in besonderer Weise, wo dieses Vegetativum so zusammenarbeitet, dass unser Organismus optimal funktioniert. Es ist nicht so bekannt, aber es ist tatsächlich so, dass unser Körper am ökonomischsten in der Nacht arbeitet. Tagsüber sind wir wesentlich unökonomischer, weil das vegetative Nervensystem sich in dieser Zeit eben ganz optimal abstimmen kann auf die benötigten Körperfunktionen. Und auch ganzzahlige Verhältnisse zwischen Herzschlag und Atmung zum Beispiel einstellt und damit ermöglicht, dass der Organismus ganz ruhig und konzentriert an dem arbeiten kann, was die Lebensfunktionen aufrechterhält. Wenn wir denken, stören wir das bereits. Und diese Störung muss nicht dramatisch sein. Und das hält das Vegetativum auch durchaus aus, wenn wir eine gewisse Zeit sozusagen stören. Aber es muss dann wieder eine Zeit sein. Man kann ja sagen, etwa ein Drittel des Tages sollte ungestört sein, die acht Stunden Schlaf, die als optimale Schlafzeit auch inzwischen bekannt sind. Zwei Drittel stehen zu unserer Verfügung. Da können wir das tun, was wir wollen. Natürlich müssen wir essen, trinken und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen stehen uns zwei Drittel des Tages zur freien Verfügung. Und ein Drittel sollten wir dem Vegetativum geben, sodass das den Schlaf optimal zubereiten kann. Sie haben jetzt die Schlafforschung erwähnt. Das gehört ja eigentlich zur Chronobiologie dazu. Was sind denn da aus der jüngsten Zeit die wichtigsten Erkenntnisse? Schlafdauer, Schlafqualität, was kann man da sagen, zusammenfassend? Also zunächst einmal wird immer wieder die Frage gestellt nach der optimalen Schlafdauer. Und dazu gibt es zwei Studien, zwei große mit jeweils über einer Million Teilnehmer in den USA und in Japan mit weitgehend übereinstimmenden Ergebnissen. Und es ist so, dass die optimale Schlafdauer zwischen siebeneinhalb und acht Stunden zu sein scheint. Und das ergibt dann die längste Lebenserwartung. Über neun Stunden sinkt die Lebenserwartung und auch unter fünf Stunden sinkt die Lebenserwartung. Man hat lange geglaubt, dass man Schlaf nicht nachholen kann. Aber inzwischen zeigen neue Studien, dass wenn man unter fünf Stunden pro Tag schläft, unter der Woche, und am Wochenende dann den Schlaf nachholt, wird, dass dann die Schäden, die durch diese kurze Schlafzeit zustande kommen, die gesundheitlichen Schäden bei Weitem nicht so stark sind, wie wenn man täglich fünf Stunden schläft und auch am Wochenende zu wenig schlaft. Was man allerdings dazu sagen sollte, ist, dass die Regelmäßigkeit, wenn man wirklich regelmäßig siebeneinhalb Stunden schläft, günstiger ist als das Nachschlafen. Und vor allem sollte man das Nachschlafen nicht so machen, dass man dann am Wochenende in den Tag hinein schlaft bis elf oder zwölf, sondern besser ist es in der Früh wie gewohnt oder spätestens ein, zwei Stunden später aufzustehen, zu frühstücken und dann nochmal schlafen zu gehen, vielleicht nach dem Mittagessen, sodass man also eine zweite Schlafphase hat, wenn man dann die Fähigkeit des Organismus nutzt, eine 24-Stunden-Rhythmik in eine 12-Stunden-Rhythmik umzuwandeln, sodass man zweimal am Tag dann in den Schlaf kommen kann. Wann sollte man schlafen gehen? Gibt es da auch eine Regel? Das hängt stark davon ab, was für Typus man ist. Es gibt ja Eulen und Lerchen in der Chronobiologie, die Lerchen sind die Frühaufsteher, die Eulen, die wachen erst richtig auf, wenn es zehn Uhr abends ist. Und für Eulen kann eine Schlafengehzeit von zwölf oder ein Uhr ganz passen. Für eine Lerche wäre das viel zu spät. Thema Schlafhygiene noch. Was ist aus Ihrer Sicht für das Schlafzimmer wichtig? Was sind Dinge, die man vermeiden sollte? Also das Schlafzimmer sollte zunächst einmal ein ruhiger Ort sein, wo man gute Luft auch hat. Es sollte ein Ort sein, wo man sich zurückziehen kann, wo kein Fernseher steht, keine blauen LEDs, keine LEDs überhaupt verwendet werden, und auch keine Energiesparlampen, sondern eher Glühlampen oder Halogenlampen, die ein nicht so blaues Spektrum haben wie die heutigen LEDs. Es sollte auch ein Ort sein, wo man sich wirklich wohlfühlt, das heißt, schön gestaltet, zusammengeräumt, vielleicht mit ein paar schönen Kunstwerken ausgestattet, an denen man sich jeden Abend erfreut. Und es sollte ein Ort sein, wo man sich bewusst ist, dass die wichtigste Tätigkeit des Tages, nämlich die Regeneration, stattfindet, damit man am Morgen dann wirklich erholt und frisch wieder aufwacht. Wie kann man sich denn diese Regenerationszyklen im Lauf der Nacht vorstellen? Was passiert da üblicherweise? Man weiß schon seit den Forschungen von Kleitmann in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts, dass es verschiedene Schlafphasen gibt. Es gibt den sogenannten REM-Schlaf. Das ist der Schlaf, wo man die Augen schnell bewegt. Und das wird üblicherweise als Traumschlaf auch bezeichnet. Und ein etwas unglücklich gewählter Begriff, den Non-REM-Schlaf. Ich würde lieber Tiefschlaf oder Ruhigschlaf sagen. Und im Englischen sagt man auch Slow Wave Sleep. Das ist der Schlaf, wo die Bewusstseinstätigkeit am geringsten ist. Das heißt, man hat hier meistens kein Bewusstsein von dieser Zeit. Man hat auch in der Regel keine Traumerinnerung. Und dieser ruhige Schlaf, der ist für die chemische Regeneration des Hirns von großer Bedeutung. Man hat vor einigen Jahren entdeckt, dass hier Kanäle im Gehirn sind, die im Schlaf geöffnet werden. Und in dieser Schlafzeit die chemische Reinigung, so bezeichnet das die Autoren des Gehirns, vornehmen. Das heißt, das Gehirn wird sozusagen mit Flüssigkeit durchgewaschen, so dass Stoffwechselprodukte aus dem Gehirn ausgeschwemmt werden. Diese Ruhigschlafphase findet etwa fünfmal in jeder Nacht statt. Und auf die Ruhigschlafphase folgt jeweils eine Traumschlafphase, so dass man davon ausgehen kann, dass in der Ruhigschlafphase das Gehirn gereinigt und vorbereitet wird und in der Traumschlafphase dann die Tagesereignisse aufgearbeitet werden, im Sinne von Traumarbeit, sodass man praktisch zu einer neuen Ordnung dessen kommt, was man am Tag erlebt hat. Im Lauf der Nacht nehmen die Ruhigschlafphasen ab in der Länge. Die Traumschlafphasen werden immer länger. Und das heißt, das Gehirn hat mehr Zeit, die Dinge zu ordnen und braucht nicht mehr so viel Zeit, um diese chemische Regeneration zu machen. Gegen Morgen hin hat man dann fast nur noch Traumschlaf. Wenn jetzt jemand Schlafprobleme hat, was kann er tun? Sind Schlafmittel, wie sie manchmal propagiert werden, die Lösung für alles? Also die pharmakologischen Schlafmittel haben ganz offensichtlich nachteilige Wirkungen auf die Schlafarchitektur und offensichtlich auch auf die Regenerationsfähigkeit des Schlafs. Das heißt, sie führen zwar zu einem Betäubungszustand, so dass man schlafen kann, und können in Notsituationen, wenn jemand in einer Depression ist und überhaupt nicht mehr schlafen kann oder in einer Psychose, kann das sinnvoll sein, solche Schlafmittel einzusetzen. Aber ganz sicher nicht als Dauerlösung. Man weiß, dass die Infektionszahlen ansteigen, also man wird infektionsanfälliger, das Immunsystem wird durch diese Schlafmittel gestört. Und auch sogar die Krebsstatistik zeigt, dass die Inzidenz von Krebserkrankungen ansteigt, wenn man chronisch Schlafmittelabusus betreibt. Das heißt, man sollte auf alles andere zunächst ausprobieren, von einer optimalen Gestaltung des Schlafumfeldes über ein Dankbarkeitstagebuch, wo man jeden Abend noch einmal die Tagesereignisse Revue passieren lässt und das aufschreibt, wofür man besonders dankbar ist. Oder auch von einem Rückschau-Tagebuch, wo man überhaupt noch einmal den Tag Revue passieren lässt, ganz kurz. Das sind alles Hilfsmittel, um den Schlaf besser zu gestalten. Dann hilft auch noch Atemtechnik, das heißt, die Atmung, tiefe Atmung verstärkt die Vagusaktivität, die beim Einschlafen hilft. Man kann aus der Naturheilkunde Dinge nehmen, Baldrianwurzel, zum Beispiel, die beruhigend wirken, oder Passionsblumenblätter oder auch Hopfen, zum Beispiel wirkt ebenfalls als Schlafmittel. Bevor man zur chemischen Keule greift, ist es auf jeden Fall sinnvoll, hier ein ganzes Repertoire auszuschöpfen und daran zu arbeiten, wieder schlafen zu lernen. Es gibt auch Schlafschulen, wo man schlafen lernen kann, auch im Internet verfügbar. Das heißt, hier gibt es viele Möglichkeiten, einen den Schlaf zu verbessern. Man sollte nicht zu früh die Flinte ins Korn werfen. Ich möchte jetzt abschließend noch auf ein Thema kommen, wo Sie sehr viel Forschungsarbeit investiert haben, die Messung der Herzrhythmusflexibilität. Was macht diese Messung, die sich ja auch intensiv mit den Körperrhythmen beschäftigt, was kann man damit messen? Ich habe vorhin schon erwähnt, dass das vegetative Nervensystem in der Medizin enorm an Bedeutung gewonnen hat und einer der Gründe dafür ist, dass man die Stärke des vegetativen Tonus in der letzten Zeit messen kann. Das konnte man lange Zeit nicht. Die Ärzte haben zwar über Sympathikotone und Varotone mit Patienten gesprochen, aber sie haben es letztlich nicht messen können. Und mit der Herzrhythmusflexibilität oder Herzratenvalität, wie man das auch nennt, kann man nun objektiv messen, ob der Vargus oder der Sympathikus zu stark oder zu schwach ist. Und damit eröffnet sich für die Medizin ein neues, weites Feld, um das vegetative Nervensystem in die Diagnostik mit einzubeziehen, aber vor allem auch Biofeedback damit zu machen. Das heißt, man kann den Vargus gezielt trainieren und kann damit die ganzen nützlichen Effekte des Vargusnervs in die Therapie mit einbeziehen. Wir wissen heute, dass der Vargusnerv unser großer Entzündungsmanager ist. Das heißt, er steuert die sogenannte Silent Inflammation, die stille Entzündung, die für viele chronische Erkrankungen Ursache ist. Das heißt, es beginnt irgendwo im Organ eine schleichende Entzündung, die vom Organismus zunächst gar nicht bemerkt wird. Wenn der Vargus zu schwach ist, ist der Organismus nicht in der Lage, diese Entzündung wieder zu löschen. Und dann kann man durch Unterstützung mit so einer Messung und mit entsprechenden Maßnahmen den Vargus aktivieren und damit auch die Entzündung wieder zurücknehmen. Und es vergeht dann plötzlich irgendetwas, wo man lange Zeit gedacht hat, das wird man sein Leben nicht mehr los. Also das ist eine große Möglichkeit. Und das Zweite ist natürlich, dass man sich bewusst macht, wann man im Laufe des Tages angespannt ist, wann man erholt ist, was einem besonders gut tut, ob man gut schlaft oder nicht, was man tun muss, damit man gut schlafen kann, Das heißt, das kann das ganze Leben begleiten als Messmethode, um Wohlbefinden steuern zu können und sehr frühzeitig Gesundheitsvorsorge zu machen, lange bevor irgendwelche organischen Schäden erkannt werden. Würden Sie so weit gehen, dass man auf den einfachen Nenner gebracht sagt, mit der Methode ist es möglich, Gesundheit zu messen? Das wäre unser großes Anliegen, dass man in der Medizin wegkommt davon, immer nur Krankheiten zu messen. Sie wissen ja vielleicht, dass ein Patient, wenn er gesund ist, in der Medizin als ohne Befund charakterisiert wird, was ja eigentlich ein Zynismus ist. Ärzte sagen dann auch, ein Gesunder ist nur noch nicht genügend untersucht. Wenn man ihn genügend untersucht, findet man schon irgendeine Krankheit. Also das ist sicher ein falscher Zugang in der Medizin. Aus unserer Sicht muss die Medizin einen hygiogenetischen Zugang gewinnen. Hygieia ist die Göttin der Gesundheit im Griechischen. Und das heißt, wir müssen von der pathogenen Orientierung der Medizin zu einer hygiogenetischen Orientierung der Medizin kommen. Dann wird die Medizin sich insofern verändern, dass sie dem Menschen ermöglichen wird, ein gesundes Leben zu führen, ohne schwere Erkrankungen und sehr frühzeitig schon auf die Gefahr von Erkrankungen zu reagieren. Es wird eine Lebensstilmedizin werden und nicht mehr eine vorwiegend pharmakologische Medizin. Was könnte man tun, dass diese Erkenntnisse der Chronobiologie, aber auch, dass es diese Messmethoden gibt, in den Kreisen der Medizin bekannter wird? Ganz wichtig wäre der Nachwuchs, der medizinische. Das heißt, diese Methoden müssten eigentlich an medizinischen Universitäten gelehrt werden. Und es müsste auch den Ärzten gesagt werden, was man machen kann, um gesund zu leben. Heute wissen die Ärzte, in ihrem Studium lernen sie das eigentlich nicht, was gesund ist und was, sie lernen vielleicht, was krankmachend ist, aber sie lernen nicht, was gesund ist. Es hat die Präventionsforschung inzwischen schon so viele Fortschritte gemacht, dass man durchaus auch evidenzbasierte Vorschläge machen kann, was im Leben gesund ist und wie man gesund leben kann, welche Maßnahmen man da ergreifen muss, was man essen sollte, was man nicht essen sollte, welchen Lebensstil man führen sollte, wie viel Bewegung man machen sollte. Das sind alles Dinge, die man inzwischen weiß. Allerdings werden sie nicht an den medizinischen Universitäten unterrichtet. Zumindest in den meisten mir Bekannten wird das nicht unterrichtet. Die Ärzte lernen noch immer fast nichts über gesunden Lebensstil. Sie lernen aber alles über Erkrankungen und Krankheiten. Und diese Orientierung müsste sich stark ändern in Richtung Prävention, Gesundheit, Gesundheitserhaltung. Und auch die Abrechnungsmodelle der Kassen müssten sich stark ändern. Im Moment bekommen sie nichts, wenn sie Prävention mit den Patienten machen. Das ärztliche Gespräch wird kaum honoriert. Und die Zukunft sollte so aussehen, dass man Prävention in den Vordergrund stellt und damit gar nicht in die Notwendigkeit kommt, ein riesiges Krankenhaussystem aufzubauen. Jetzt wäre es natürlich wünschenswert, wenn Ärzte besser informiert sind über die Möglichkeiten, die es gibt. Aber ich denke mir, der wirkliche Idealzustand wäre ja auch, dass jeder für sich selbst seine Gesundheit messen und kontrollieren kann. Ist so ein mobiler Gesundheitscheck ein Gerät für alle in Aussicht? Wir sind gerade dabei, so ein Gerät serienfertig zu machen. Das Ganze wird die Größe einer Streichholzschachtel haben und wird mit dem Smartphone oder einem Computer kommunizieren können, sodass man in wenigen Sekunden das eigene EKG sehen kann, die Pulswelle sehen kann, den Blutdruck sehen kann. Man braucht keine Manschette mehr für den Blutdruck. Und das Ganze in der Größe einer Zündholzschachtel und sogar Informationen über die Stärke des vegetativen Tonus, also Vargus und Sympathikus und die Wahrscheinlichkeit, dass man eben eine stille Entzündung hat, dass alles wir dieses Gerät ausgeben können. Und wir hoffen, dass wir gegen Ende dieses Jahres 2018 mit dem Gerät dann auch als medizinzertifiziertes Gerät auf den Markt kommen werden. Dann wünsche ich Ihnen dafür viel Erfolg. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke ebenfalls.